Er kann auch smocken Potter Mock hin durch, er kann's vielleicht rein rembaren Gib dir Rücken Das musst du noch holen Ich sterbe zwar, aber ich hole ihn Keine Ahnung was ich gemacht hab Wieso hab ich so wenig Damage in der Smog bekommen Verplant mal gay Warum der ist? Biss er Waren Spiegel auch man Sorry Parabös der Die haben auch ein Schild Wahrscheinlich So, bist du jetzt noch nicht Ja Jetzt wahrscheinlich die denken dass er so machen ja er denkt er wäre ich dieser füße er sagt aber auch nichts so ist meine schuld und bitte schnell den fiesermann weg genau jetzt kommt er das gibt es nicht ich habe doch die ganze zeit hingekommen man sieht mich sogar wegdrehen einer feier die ganze zeit blue direkt dann durch den unnötigen und dann flammt er mich junge was machst du da das ist so dumm der sledge ist doch am sport er geht jetzt aus der drohne raus warum hat jetzt mal die im beach kann ich dir leider nicht sagen die ganze zeit in der drohne und die dann rein ich weiß nicht das blendet mich niemand sagen kann ich kann nicht sein ich habe ich gehört aber ich habe es nicht gekriegt ich muss die flame haben unter die dung Ab dem Bug Einer Friezer Gedroppt E-T Einer Friezer Einer Friezer Der kommt von Station Nee es ist in klein Raum im klein Raum jetzt Unlucky Oh süß Magen Warte wir beide 7-4 und beide 1-4Systeme Pissensso gleich Machen wir bei die 10 vor Sasste Muss laufen Ah ni, Renni die Beine ich wurde gespawnt nur weil ich falsch gespawnt bin und mein timing absolut ass war und ich das nicht gehört habe ich hätte wieder alles gegen mich gesprochen digga du kannst du nicht oh mein gott das ding ist ich will halt gerne höher aber ich schaffe es nicht nicht in den lobbies man absolut nicht in den lobbies hier auf teil und prefi einfach genau wird geblendet von der welt nein timing timing ist es heute nicht mein timing ich kann es nicht mehr hab ich auch gewechselt hab ich halt liegen bleiben sollen nicht aufstehen sollen ich hab halt so viel pech das ist wahnsinn ich hab nicht aufstehen sollen weil ich eh aus dem zock da durchgehe hatte ich gesehen die drohne glaube ich hinter dir ja ja ist ja alles offen nein ich bin dumm ich wollte ja ok ich hab mich verklickt nicht mehr aus ja fahr da durch weit rum digga ein call ein call ruhig rein durch mal um rechts der kann ich nicht so schnell holen weit rum den verblendet auf die der liegt der liegt die bin ich müsslich die kids noch mit dir aufholen wirst du sagen heute die das damalige gold auch keine ahnung ich verstehe gerade das matchmaking sowieso nicht weil das ist zwar die aber jeder spielt hier anders irgendwie die einen sind gut die anderen sind schlecht aber alles auf der gleichen elo und das macht mir keinen sinn ist im window ja habt ihr den mund noch einer war Ich bin den Hedge runtergefallen. Das ist nicht so geil. Ich wollte den Pink feiern an der Bombe, B, auf White, das war's. Oh mein Gott, da muss sie umdrehen, jetzt heißt es zurücklehnen und zuschauen. Let's push him, go. Hallo? Hallo? Ich kann das nicht. Oh mein Gott. Ach Marvin. Wir haben uns ein Bestes gegeben, muss ich dir sagen. Auch Outback. Potter, bist du Emerald? Ja, du bist verdient Emerald, Potter. Verdient. Verdient. Wo? Wo ist denn die Ash, dass die alle wegsnackt? Warte, 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 da ist ne Frost, da ist ne Frost. Ich lass ihn in die Frost machen. Catch him, catch him. Das ist ein Pokero. Catch him. Okay. Hey. Ich hab ihn, Marvin. Kein Problem. Auf süß, Junge. Boah, im letzten Moment noch losgelassen. Weiß, dass du mich immer festhältst. Ich hab' durchs Drohnenloch geholt, Marvin. Marvin hat voll aus Drohne. Bye, bye, Potter. Danke, Marvin. Er hat auch seinen Kill nicht kriegen. Er hat ja eh nicht, der mich gedauert hat. Du dich gemacht. Er liegt da im Drohnenloch und holt sich mit meinen Füßen. Aber danke, Marvin. Wenn dich einer töte, dann bin ich das. Krass, der Tod, holy fuck. Dagegen kann ich nicht mal was sagen. Ja. Oha, Junge, was werden die für Bretter verteilt? Digga, ihr werden nur Bretter verteilt, die Runde. Einer 90 und der andere, I don't know. Aber nicht da im 90. Einen weiter um die Ecke. Hinten durch. Und einer Freezer, glaub ich. Du könntest ihn smokeen und dann kann er planten oder so. Ich werde planten in der smoke. Einer hinter mir. Ich riech ihn. Glaub ich durch. Ich riech ihn. Ja, ich riech ihn. Dann war er auch Zeit. Nein. Der müsste. Ja, ja. Boah, Junge. In die Schlange, Junge. Nämlich die Schlange. Das waren nur heftige Kills diese Runde. Und fliegende. Und fliegende. Jeder Kill war ein Brett. Und fliegende. Äh, einer. One Astro. One Astro. One Astro. Die Schlange! Wie war es dir? Die Schlange von der Flüge! Und fliegende Ahnung. Das war es für sehr. Das war es für sich. 4W des Flüge! Die Schlange! ist er wo? warte ich baue kurz ist unten Maren, versucht ihn sich früher zu holen ist er schon am zuviert glaube ich nein Marvin, oh mein Gott kann das nicht mehr das ist ja so schnell umweitig, nicht gedacht 3 gegen 5, wenn wir noch gewonnen haben, du hast ein Herz gewonnen dafür bin ich wieder 5 Jahre schneller gestorben real life hast du schon gemacht ey wir sind mit einem Win rausgegangen juhu wir haben heute halt Minus gemacht ziemlich big hoffen halter und mit dem Vielen Dank.